So, willkommen zurück zu Outlast Whistleblower Sind wir überhaupt richtig bei diesem Ölgarten hier? Wir gehen doch mal, hoffen wir Kartell ist jetzt hier nicht Wollen wir hier durch? Na Hm Klo, da könnten wir durch, oder? Hier runter Mal gucken, was uns hier noch So schönes erwartet Wer schreit denn hier? Ah okay, hier ist schon mal Strom, da kommen wir auf jeden Fall nicht durch muss man auf jeden Fall abschalten, denke ich mal. Wir werden uns hier mal ein bisschen umschauen. Hier ist schon mal nichts. Und hier ist schon mal zu. Toll. Und hier kommen wir auch nicht weiter. Was war das? Das ist ein verdammtes Laborantier. Das ist ein verdammtes Laborantier. Ah, hier sieht es schon mal gut aus. Oh, was war das? Das ist ein verdammtes Laborantier. Das ist ein verdammtes Laborantier. Was macht der denn da? Der ist ja erstmal schön in einem Wichsen. Das ist ein verdammtes Laborantier. Das ist ein verdammtes Laborantier. das ist ein verdammtes Laborantier. Gehen wir mal zurück. Dann müssen wir mal zurück und jetzt müssen ... Ah, da sieht der Strom aus aus. Ja, ja, da sieht der Strom aus aus. warum der strom ist wieder anders ich muss wieder zurück latschen oder komm mal hier durch natürlich hat jeder wieder den strom hinein gemacht jetzt mal hier noch mal zurück verfluchten Irrgarten hier ach guck mal er ist jetzt weg auf dem Boot vorhin hier schon war ich mir gar nicht aufgefallen und noch mal hier drücken fuck halt mal schocken ey gleich immer hinter vorstehen müssen mach mal hinter uns hier gleich noch mal zu der verfolgt uns noch ey dann sollt hier hört doch mal lieber zu ey besser wasser kasse das hier ein Irrgarten ey ich denke mal wir müssen hier runter ich denke mal wir müssen hier runter ich bin echt weggeflasht ey da geht es nicht weiter aber hier geht es weiter ja man muss genau schauen Aua da wieder so ne Szene hier da drauf war ich nicht vorbereitet zweimal jetzt schon eh mal wo vor mir stand ne und eh mal jetzt das hier runter gefallen ist da drauf war ich nicht vorbereitet aber so soll das ja auch sein oder oh komm geh hoch mal gucken was hier noch so für schöne 10 passieren hier das sehen wir ja schon gelungen hier das regnische spüren nicht dass mir hier wieder einer vor mir steht ich weiß hier nicht wo wir sind äh ich weiß hier nicht wo wir sind äh da rüber springen oh man ob das eine gute Idee ist oh komm geh da hoch komm 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 hmmm da haxe jetzt waren wir schon so weit hoffentlich kommt jetzt nicht der typ wieder hier mit seiner krassen seger ah wer redet ja ich weiß hier klettern oder gibt's hier noch einen anderen Wegner oder gibt's hier noch einen anderen Wegner die äh gebrauchen aber ich sehe gar keine die sind glüh an zu sind die hier das ist ich bin schon da ist der klasse wo schwingt leider die kamera oder wollen wir uns hier zu todern schritten foltern das ist auch ganz schön geschockt ich erschrecken mich ja heute ohne in der weil ich spiele mit meiner alter wird nicht umringen Alter, die wird hier erschweren wieder. Hier wird... Meine Alte, wenn du so eine Albträume kriegen, ey. Dass ich das erstmal hier waschen hatte, für ein paar Wochen. Bis zum nächsten Mal.